In der heutigen Folge spielen wir Fashthacken mit Emily. Yay. Ja toll. Nee. Das kann ja was werden und es fängt auch schon an. Gut. Wir müssen sie in dieser Zeit finden und dürfen nicht das Licht anmachen. Das haben wir das letzte Mal getan und deshalb hat sie uns gekillt. Ja. Sie ist lichtempfindlich. Und wir haben hier jetzt noch 7,5 Sekunden Zeit zu finden. Wo bist du Emily? Boah ich mag es nicht diese Stimmen im Hintergrund. Ich frage mich gerade ob die Stimmen lauter werden desto näher du an sie rankommst und dass du sie so vielleicht finden kannst. Eine gute Frage. Also ich merke davon jetzt nicht viel aber vielleicht halt doch. Da ist sie. Ah ja. Hallo. Hallo. Ah. Toll es geht direkt weiter. Na super. Ich habe also Schiss dass sie plötzlich doch angreift. Ja das ist so. Die Türen bleiben aber auf ne. Okay ja. Ja stimmt. Das ist halt. Ja rede du. Das ist halt auch so. Du weißt wahrscheinlich wird sie nicht angreifen aber du hast trotzdem Angst dass sie angreift. Ja oder oder sie wird wahrscheinlich nicht angreifen in dieser Zeit aber. Die Frage ist bewegt sie sich und wenn ja könnte sie einfach plötzlich hinter dir stehen. Das wäre unheimlich. Ja. Scheiße ich hänge fest. Na wo ist sie denn jetzt? Keine Ahnung ich finde sie nicht. Mensch. Ach da. Schön. Ich frage mich auch wie oft sie sich denn auch verstecken will. Ne gute Frage. Es könnte jetzt ein bisschen dauern. Ach da ist sie ja. Huch. Ja. Äh. Tja. Haben wir sie nicht dreimal gefunden. Das wäre gut wenn es so wäre. Da habe ich vielleicht ein paar Sachen übersprungen. Na gut geht das jetzt die ganze Zeit so weit in die 10 Minuten und wenn wir sie einmal nicht finden dann. Oh Gott. Das ist ein bisschen ätzend dann. Das ist wirklich ein bisschen ätzend. Da ist sie. Haben wir zum Glück ein bisschen Zeit. Nirgends. Da ist sie. Da ist sie. Okay. Das ist voll komisch hier hinten. Ja. Das war doch vorher gar nicht so oder? Aber wir haben wohl keine Zeit uns die Sachen nach zu gucken. Wir müssen sie so finden. Das stimmt leider. Hier ist sie wieder nicht. Da. Schon wieder da vorne. Sie. Habe ich das gerade richtig gesehen. Dass sie sich von uns weggedreht hat. Wo du dich zu ihr hingedreht hast. Hat sie sich weggedreht. Sie dreht uns immer den Rücken zu. Und in den Keller können wir übrigens immer noch nicht. Denn dort wird sie uns wieder definitiv angreifen. Ja. Wir haben nämlich vorher schnell eine Testaufnahme gemacht. Und die ist nicht gut gelaufen. Oder haben wir es auch im Keller versucht. Das hätte nicht geklappt. Ja. Boah. Habe ich mich gerade schrocken. Schon wieder hinter der Tür. Ist sie nur an diesen Stellen hinter der Tür. Da vorne im Wohnzimmer. Und keine Ahnung. Das war ziemlich unheimlich als die Aufnahme irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Bei so einem Spiel ist das unheimlich. Das hat schon was. Jetzt haben wir sie ziemlich schnell gefunden. Noch ist es ja ganz entspannt. Irgendwie. Es geht jetzt noch. Es ist nicht so schwer. Aber es ist jetzt auch nicht so spannend. Nee. Es wird auf jeden Fall definitiv noch viel schwerer. Da wird halt nur gezeigt so funktioniert jetzt. Das neue Spiel sozusagen mit dir. Das Problem wird dann in der letzten Phase. Denn da tauchen alle auf. Wir müssen Emily finden. Kiki taucht auf. Mr. Tetas kommt. Hast du genau der Tiki gesagt? Nein Kiki. Ich dachte gar nicht. Und wie heißt der auch? Jester. Und wir alle auftauchen weißt. Und dir die Zeit da vorne rennt dann Emily zu finden. Uiuiui. Das mit was du. Ob wir das schaffen. Ich find sie nicht man. Wo ist sie? Ja echt man. Wo ist sie? Warst du schon da hinten wo man in den Kellern unter geht? Ja eigentlich schon. Hä? Scheiße ich hab fast keine Zeit mehr. 30 Sekunden ist nicht mehr so viel. Ei ei ei. Hey komm wo ist sie? Hallo irgendwo muss sie sein. Irgendwo muss sie sein man. Da war ich. Oder müssen wir jetzt in den Keller? Das hab ich mir eben auch grad gedacht. Scheiße wir finden sie nicht. Nein. Jetzt ist auch keine Zeit mehr in den Keller zu gehen. Kacke wir sind tot. Ich geh in den Keller. Boah. Warte mal ist sie jetzt weg. Da kommt sie. Okay. Wir sind diesmal tiefer in den Keller eingerungen als davor. Vielleicht müssen wir da doch in den Keller gehen. Ja aber das Ding ist halt. Wann wissen wir ob wir sie nicht finden? Wenn wir sie nicht finden. Toll. Dann wissen wir es. 3.5. War vorhin auch schon 5? Nein vorhin war 4. Jetzt sind wir in der letzten Stunde. Hä? Ich glaube auch. Eben vielleicht mussten wir doch in den Keller. Und wir haben es in der letzten Sekunde und das Spiel hat es noch angenommen. 90 Sekunden. Das ist neu oder? Ja. Nein scheiße das war Chester. Du musst weg. Schnell. Ich muss gerade so. Was. Wir sind ja in der letzten Phase. Scheiße. Ich war gerade nicht darauf gefasst. Boah die letzte Phase. Hä? Ich check's nicht wie wir das überlebt haben. Egal wir haben es geschafft. Anscheinend. Okay gut. Letzte Phase. Wenn wir das hier schaffen dann hätten wir das Spiel geschafft aber. Hehehe. Hehehe. Das wird schwer. Das wird schwer. Gut. Ich mach schon mal das Licht an. Das wär sogar noch was wenn wir das noch in dieser Folge schaffen würden. Das glaub ich nicht. Das glaub ich niemals. Das wär aber was. Ich hab Kiki gehört. Bis jetzt haben wir schon das Problem. Jetzt läuft uns schon die Zeit davon. Stimmt wir müssen die auch suchen. Ja eben. Total vergessen. Können wir jetzt eigentlich in den Keller? Ich glaube immer noch nicht. Dann kommen wir denn in den Keller. Okay weg Kiki. Ja. Okay. Toll. Ja. Genau dort steht der wo wir lang gehen. Ach man das wird so schwer. Das wird so richtig schwer. Das wird so richtig schwer. Das schaffen wir nur mit Glück. Kaki. Oder mit können. Ja. Aber irgendwann müsste man doch in den Keller können oder nicht? Ja eben wenn man sie oben nicht auffindet. Meinst du? Ja. Ja. Geh jetzt einfach für Leidenschaften. In den Keller. Mal schauen was passiert. Wir gucken was passiert. Da war sie gerade. Wir werden umgebracht jetzt. Nee. Oh tschüss da. Ah ok. Oh man kann in den Keller. Ok jetzt kann man in den Keller. Alles klar. Oh Gott. Aber man kommt doch von dort nicht mehr hoch oder? Mhm. Die Frage ist ob wir vielleicht in den Keller müssten. Warte mal. Oh. Jetzt lag die Schuhe. Was denn? Ja ist was neu sowieso. Weil ich das Licht schalte und so gehört habe. Sollen wir jetzt in den Keller gehen? Ja ich wüsste halt gerne ob jetzt Chester da im Keller immer kommt. Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich gehe jetzt einfach nochmal in den Keller. Ich bin gespannt. Okay. Wir müssen sie bestimmt im Keller finden. Oh Gott. Da ist alles so verwinkelt. Wir müssen sie hier unten finden. Ich bin mir fast sicher. Warte mal. Aha. Ah. Jetzt sind wir hier. Nein. Boah. Ich habe Chester gehört. Aber sie kann jetzt auch im Keller sein. Super. Aber wie groß ist der Keller? Ah. Aber wie groß ist der Keller? Ich check's nicht. Nicht so groß anscheinend. Die hat hier gelebt oder was? Hat die hier gelebt? Doch. Ja. Es hieß ja. Sie haben sie oder dass sie dann in den Keller gegangen ist. Das ist jetzt natürlich ein großes Problem. Jetzt ist natürlich alles noch viel größer und verwinkelter. Ne aber so groß ist der Keller ja nicht. Ja aber es ist trotzdem noch mehr weißt du. Und jetzt. Wir haben sonst schon fast keine Zeit sie zu finden. Wenn alle Viecher da kommen. Aber. Siehst du jetzt kommt Kiki. Jetzt haben wir es. Aber jetzt guckst du Kiki nicht an. Das hat funktioniert. Nein du musst weg. Du musst weg. Du musst weg. Ja ich kann nicht weg. Doch du hättest sie ja angucken können und rückwärts raus laufen können. Aber ich glaube eben rückwärts funktioniert nicht. Außerdem war da die Tür. Ich kann rückwärts glaube ich die Tür nicht aufmachen. Aber waren sie nicht offen die Tür? Nein die haben wir hinter uns zugegangen. Wir haben gehört wie sie zugegangen ist. Ich habe es nicht gehört. Also ich schon. Ich könnte auch sein dass ich es mir einbilde. Ach man. Das schaffen wir nie niemals. Tut mir leid aber das schaffen wir niemals. Doch. Nein das ist einfach nur Hardcore. Weg 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 weg. Weg 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 und dann kam auch noch gleich kiki der türschwelle hat er uns noch erwischt so gemein ist so gemein so richtig hardcore und ich finde es direkt unheimlicher weil ich kann nicht machen da warte taschen doch taschenlampe habe ich ja 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 das würden wir erst recht nicht sehen eben warum hört man hier unten die türen weil hier unten türen sind aber wo kommt das hier her machen ja toll du bist so ein arsch wie er da einfach steht hallo da ist sie da ist sie hallo das ist das geräusch was sie macht ja das war gut ja ohne bitte nicht tür bitte hau mich nicht bitte heunig bitte heunig heunig okay gut toll wo 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 ich sehe nicht da wo sie kam gerade so ach mensch wir haben nur noch 59 sekunden das ist eine minute und eine minute kann reichen ja es kann schon reichen aber es kommt drauf an wie oft die anderen kommen kommen schon geweckt die bleibt auch so lange weißt du die kostet so viel zeit ja fast 50 sekunden weg 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 drauf einmal kiki emily und chester wo ist die da plötzlich sind die stimmen weg ne und heute noch warum sind die stimmen weg ich habe das gefühl jetzt müssen wir in den keller ja das kann sein waren sie vorhin auch weg wo wir dann in den keller gegangen sind und zufällig überlebt haben das kann sein das weiß ich nicht toll gehen wir einfach mal in den keller wir können dabei auch nicht viel verlieren toll toll Gott sei dank wenn die jetzt oben gewesen wären ja das wäre mega gemein gewesen das ding ist sicher 20 sekunden oder so hier ja vorhin waren es glaube ich so um die 15 geh weg kiki wir haben echt keine zeit komm schon geh boah ja komm verarsch mich ja ok nein ja super das schaffen wir nicht mehr glaube ich ja warum das ist für geräusche man ey wenn sie dort in der ecke gewesen wäre das wäre gut gewesen ja das wäre cool gewesen aber ah Hilfe ne hier ist sie auch nicht was war das theoretisch doch sie oder wo ist sie ich habe angst jetzt werden wir umgebracht ah ich verstecke mich voll hinter dem mikrofon da ist sie aber die steht nur da sie steht nur da ich bin zu glück wo sich das nicht spielt oh sie beide verschont oh voll ja ich glaube für die heutige folge reicht das wieder ich kriegen wir es ja in der nächsten folge hin äh ich glaube wir gucken uns noch mal ein bisschen nach tipps um ne weil ich denke ich denke die wir nur an einem bestimmten punkt an dem keller land wie ach so du meinst du so wenn sie im keller ist dann ist das spiel vorbei könnte ich mir vorstellen ja ich weiß es nicht gucken wir mal vielleicht finden wir etwas interessantes damit wir dieses spiel durch bekommen ja bis zum nächsten mal tschüssi tschüss